es gibt nichts besseres als wasser obwohl hähnchen also ich bin jetzt nicht vegan oder so oder vegetarisch aber ich esse eigentlich nur hähnchen ja freunde ihr habt euch gewünscht wie läuft es aktuell bei mir so eine ausbildung kurzer zwischenstand ich habe jetzt schon ein paar videos gemacht so vom ding her und ich bin aktuell jetzt im dritten lehrer und es geht jetzt auch richtung abschlussprüfungen zu deswegen kann ich auch vorab schon mal sagen aktuell ist es eher wir bereiten uns auf die abschlussprüfungen vor das heißt sie machen nicht mehr wirklich so standard unterricht wie es mal war also nicht wirklich nach lehrplan sondern eher was wollte noch wissen habt ihr noch fragen offen und abschlussprüfungen einfach ja ansonsten außerhalb der schule zum beispiel habe ich jetzt auch betrieb die ausbildung habt ihr vielleicht schon mitbekommen beruht auf schule und im betrieb eben bei mir ist aktuell ich habe ein bisschen viel schule so ich bin relativ oft in der schule davor also allgemein so eine ausbildung war es eigentlich immer so sechs wochen arbeit zwei wochen schule und aktuell ist es ein bisschen einfach verschoben ich weiß ob das jetzt wegen corona ist oder so ich finde auch eigentlich die die mischung ist ganz nice also falls man sich jetzt denkt auch wieder schule oder ich muss so lange arbeiten und ich habe so wenig schule so nein es ist eigentlich die perfekte mischung so vom ding her weil man arbeitet sechs wochen und hat dann ein bisschen einfach was anderes zu zwei wochen also ich finde es eigentlich ganz cool so die ausbildungszeit als gewöhnungsphase mäßig für die arbeit für das arbeitsleben einfach an sich danach ja und jetzt esse ich noch mal mein schicken nuggets zu viel soße alter dazu haben wir auch noch heute ein non alkoholik alpenwasser digga schmeckt ganz anders schmeckt super gut ja zum beispiel kann ich mir auch vorstellen dass sich leute fragen was ich jetzt für aufgabenbereiche habe weil ich meine wenn man neun jahr arbeit kommt macht man höchstwahrscheinlich nicht das gleiche was du dann im dritten lehrer machst oder nach der ausbildung ich sag mal so weil ich jetzt bald schon fertig bin mit der ausbildung hoffentlich geht schon langsam in themen rüber wo ich dann mein themenbereich habe wie soll ich euch sagen zum beispiel das netzwerk team und dann willst du immer mehr in netzwerk themen mit eingebunden muss halt schauen was dir taugt und gerade so ende der ausbildung ist mäßig testphase so augt ihr das oder taugt ihr das nicht weil du danach dann immer mehr spezifisch an das thema eingehen wirst ansonsten wie lief es jetzt in der ausbildung so mit den noten ich sage es euch wie es ist freund ich habe auch schon in real talk hochgeladen letzte woche ich war nie gut in der schule ich bin auch in der berufsschule nicht wirklich gut muss ich auch dazu sagen ich bin einfach mittelmäßig wobei ich das auch nicht schlimm finde aber ich habe dazu ein extra eigenes video gemacht so schaut euch einfach an ich werde es hier in der infobox verlinken ich habe eine links rechts schwäche perfekt ja also eine ausbildung an sich auch anzufangen ist auch mal was ganz anderes gewesen also wo ich 16 angefangen habe mit der ausbildung ist natürlich was ganz anderes wenn man ist nicht mehr in der schule und auf einmal hast du sogar noch geld verdient und auch du warst mit leuten zusammen die auch viel viel älter sind als du so meinen mann ist 16 man schild mit 30 40 jährigen das ist dann schon eine umstellung so altersheim ja aktuell zum beispiel auch wegen corona ist es natürlich ein bisschen anders gewesen als glaube ich eine normale ausbildung so wie es bei jedem ist wir hatten zum beispiel homeschooling und das war fand ich persönlich gar nicht gut weil ich kann nicht im selben zimmer arbeiten schlafen reden dies das und die lehrer haben es auch nicht hinbekommen grüße gehen noch mal an den it-lehrer raus der 20 minuten nicht hinbekommen hat sein teams einzurichten der wir uns das bei bringen digga ja was zum beispiel so themen wie entwicklung angeht also arbeitstechnisch meine ich finde ich hat sich schon krass viel verändert ich weiß noch so ganz am anfang wo ich angefangen habe so an die hotline zu gehen beim helpdesk zu machen bei den leuten da war es mir sehr unangenehm zu reden muss ich auch dazu sagen ich war auch nie der typ der gerne telefoniert hat oder so also ich bin schon so ein bisschen so so wie nennt man das ich mag menschen einfach nicht ne aber am anfang ist es ein bisschen komisch ich habe auch aber das war auch echt unangenehm ich hatte mal situation wo ich dann angefangen habe einfach so zum beispiel ich bin am telefon und sagt nicht so ja wenn sie bereit sind dann kann ich mich auf ihren rechner drauf schalten sondern so weil mir fällt das wort nicht einfach nervösität dann war es einfach mal ja wenn sie ready sind und dann war es so fuck digga ich sag einfach gerade ready das ist so richtig unprofessionell so wisst ihr was ich meine im nachhinein ist das natürlich sehr lustig so was alles für scheiße passiert ist wie ich auch schon die alarme ausgelöst habe und so es gibt es passiert in der ausbildung immer viel scheiße aber das geile an der ausbildung ist ja du kannst so viel scheiße bauen wie du willst du wirst eigentlich vom ding her kannst du gar nicht verurteilt werden weil azubi ist einfach jemand der lernt deswegen ich habe auch viel immer in den kommentaren gelesen bei dem als hier euer ausbildungsvideo so ja bei mir erwarten die auch schon voll viel und so verstehe ich irgendwie einerseits auch nicht vom arbeitgeber ich meine digga der typ er fängt gerade die ausbildung an du musst es ihm halt auch erstmal schön erklären so natürlich wenn du es 20 mal erklärst und er es nicht checkt dann liegt es irgendwann nicht mehr an dem thema oder so aber das ist jetzt ein anderes thema ja was zum beispiel auch sehr sehr cool an dieser it ausbildung ist ist dass man einfach sehr vielfältig ist wie soll ich sagen also wir haben zum beispiel wo ich sozusagen neu angefangen habe noch windows 10 rollout gehabt also windows 10 ausgerollt an die user also installiert die rechner und dann wird ausgegeben und so und jetzt zum beispiel gibt es ja schon wieder windows 11 ein neues betriebssystem das heißt das schon wieder so eine es ist jetzt nicht komplett andere welt aber es schon wieder was neues es ist halt cool weil sich irgendwie alles ändert aber dass die grundstruktur bleibt das ist ja natürlich irgendwie ist natürlich irgendwo it thema was ich auf jeden fall zum beispiel sagen kann was am anfang sehr sehr hilft in der ausbildung dass ihr ans telefon geht also wirklich traut euch auch einfach mal ins telefon zu gehen und denkt euch einfach mal so was soll denn passieren der pflege ich jetzt aus der ausbildung weil ich nochmal nachgefragt habe vielleicht den namen nicht notiert habe und so wisst ihr was ich meine also so vielleicht auch mal reflektieren die gespräche die man hatte zum beispiel weil ich persönlich fand das was sehr sehr geholfen hat am anfang einfach der helpdesk so mit den leuten erstmal kontakt auf dem überhaupt mit einer person zu reden so am anfang ich habe meinen eigenen namen nicht aussprechen können so das lernt man auf jeden fall alles ist es nicht so streng also ich habe es mir auch immer voll schlimm vorgestellt aber das einzige was sich nicht geändert hat ich mag immer noch keine menschen am anfang war es alles ein bisschen viel bin ich euch ehrlich es war sehr stressig auch für mich aber man gewöhnt sich daran man gewöhnt sich sowieso man gewöhnt sich sowieso erst mal ins arbeitsleben so vom ding her wie überhaupt mit kunden kontakt und sowas aufnimmt wie du überhaupt mit den themen umgehst und die berufsschule ist tatsächlich auch was anderes als eine normale schule so geht mir wird es auch immer gesagt aber so es ist einfach was anderes so die typen nehmen die spielen die ganze zeit minecraft oder sowas wissen was ich meine sowas halt das ist am anfang schon ein bisschen stressig aber akzeptiert einfach zum beispiel gerade dass es stressig ist so aber akzeptiert auch einfach dass ihr euch jetzt keinen stress machen solltet so es kommt alles mit der zeit also ihr habt ihr auch zeit ihr habt drei jahre lang zeit so oder ich verkürze auch zweieinhalb aber trotzdem habt ihr zeit und das ist echt lang zeit also macht euch da echt gar keinen stress wegen wenn ihr da auch noch explizite fragen habt weil ich wie gesagt erzähle euch immer nur so was mir gerade einfällt und in den drei jahren ist schon viel passiert und manchmal lässt man halt viel aus so was gerade mir halt einfach nicht einfällt ja wie bin ich zum beispiel zu meiner ausbildung gekommen ich habe erst mal ich war auf einer jobmesse das hat erst mal so angefangen ich war auf einer jobmesse dabei war auch zum beispiel youtuber wie flow west so genau und da gab es halt natürlich viele berufe und ich wusste bis dahin auch immer noch nie so was soll ich jetzt eigentlich machen so ich habe immer noch keinen plan so mir macht es ein bisschen spaß youtube und so zu machen aber irgendwie konnte ich mir das jetzt auch nicht vorstellen wenn ich das auch noch eine arbeit machen und nach hause kommen und das auch noch macht habe ich auch irgendwann kein bock deswegen ich dachte okay ich will irgendwas in der richtung computer machen und so und dann habe ich meinen chef kennengelernt so und das war auch ein echt cooles gespräch so vom ding her ja dann haben wir natürlich darüber geredet so habe ich meine fragen gestellt und sozusagen sind meine fragen beantwortet gewesen so ich will nicht das und das machen ja okay und da muss ich das zum beispiel nicht machen so vom ding her dann haben wir auch einfach mal ein praktikum ausgemacht so einfach zu schauen so auch ob es mir taugt auch vom fahrt weg her weil das schon ein bisschen länger bei mir der fahrt weg und wie das ganze sich einfach gibt da habe ich mein praktikum gemacht mir hat sehr gefallen also wie ich schon am anfang erwähnt habe es gibt halt wirklich sehr sehr viele sachen ist nicht so dass man jetzt wirklich so eine fließband arbeit mäßig da gibt es ist halt wirklich sehr sehr vielfältig es gibt nicht diese zwei drei themen die ich euch sagen kann die wir durchgehend bearbeiten ich habe euch jetzt ein beispiel gegeben mit windows rollouts ja ich kann euch mal ein beispiel geben heute zum beispiel habe ich mich mit einem kassenautomat beschäftigt weil keiner wusste wie es geht und irgendwie war das auch ja ich sag mal es ist nach einer zeit gewöhnt man sich dann es ist schon ein trigger punkt für ein itler wenn du sowas hörst was schon in richtung technik geht und du hörst und es hat einen fehler und so dann möchte man immer so was ist denn das für ein fehler so und zeigt es mir mal und dann geht schon automatisch dein kopf los so nachdem drei jahren am anfang hatte ich auch noch nicht aber da geht in den kopf schon direkt los okay jetzt also ganz dumm gesagt neu starten updates machen schauen ob es in der domäne ist und sowas wisst ihr solche sachen das ist auf einmal hast du da wie so ein netzwerk in deinem kopf aufgebaut mit it themen die sich dann alle mit so lösungen verbinden auf einmal so band haben das könnte sein das konzern und irgendwie ist es dann halt auch befriedigend wenn man das voll das problem gelöst hat was irgendwie keiner hinbekommen hat und auf einmal hältst auch lob wo du manchmal denkst so ich habe jetzt einfach nur neu gestartet und vor allem heißt es so oder magic it also der beruf in der it ist wirklich der coolste den ich kenne ich habe aktuell für ich glaube es gibt keine geile herausbildung als die einfach gerade wenn du interesse an computer hast und man muss auch dazu sagen ich habe erst glaube ich mit 13 meinen ersten rechner bekommen das heißt ich hatte noch nicht so wirklich viel kenntnisse und ich habe auch immer nie wirklich viel rum getestet ich hatte wie gesagt interesse am videoschnitt und so weiter da habe ich mich wirklich reingehangen aber ich hatte mal angst zum beispiel im explorer war ich mal voll unsicher aber ich hatte angst nicht was löscht dann ist es weg heute zum beispiel weiß ich es gibt schatten kopien die du direkt von windows machen kannst du kannst doch einfach mal woanders noch speichern irgendwie auch mit cloud oder so wisst ihr was ich meine jetzt glaube ich dadurch als wäre das mein zu hause so das ist halt schon cool ja ich gesagt fällt mir jetzt auch nicht noch mehr ein so zum thema ich weiß es ist ein bisschen kurz so weil es sind drei jahre eigentlich könnte ich wirklich von jeden tag was erzählen aber ich weiß nicht genau was ihr hören wollt deswegen schreibt es einfach in die kommentare ihr seht ja ich mache die videos auch für euch so freut mich auch so deswegen ich würde dieses video jetzt erstmal beenden aber ist auch nicht schlimm ist jetzt auch nicht das letzte video so keine sorge schreibt einfach mal was ihr sehen wollt noch so oder was für fragen ihr habt dann beantworte ich sie gern ich habe gar nicht frohes neues gesagt das ist ja richtig asozial jetzt von mir ich wünsche euch auf jeden fall jetzt ein frohes neues und vor allem gesundes jahr jetzt bei uns irgendwie immer noch nicht geschneit an silvester war es so warm dass ich nicht meine jacke an hatte das war ein bisschen weird deswegen ist bei mir noch nicht so dieses neue jahr dings der rutsch der rutsch ich war irgendwie ich bin stecken geblieben naja egal freunde ich wünsche euch was wir sehen uns im nächsten video also vom ding her eigentlich wenn ich immer mehr gehe ich bestelle eigentlich immer nur hühnchen und wie kann man gibt es die leute auf der welt die hühnchen nicht mögen und das ist die leute auf der welt fußballende